Hallo, ich bin der Hood. Willkommen zu einem Vlog. Ich spiele nämlich gerade Hotel Eye in Miami. Wenn das jemand kennt, ein absolut geniales Game. 80er Style Musik drin, richtig einen Soundtrack vom absolut feinsten. Und das ist so, wie kann man das beschreiben? Ja, das ist wie von oben, wie GTA 2 noch, oder GTA 2 würde ich das beschreiben. Aber du machst halt so Stealed Emissions, meine Freunde. Ja, und es ist ziemlich blutig. Und er fährt mit dem DeLorean immer zu jedem Auftrag, Killerauftrag. Du bist so ein Killer, der irgendwie voll dem Psycho-Schaden hat, aber vielleicht mache ich davon ein Let's Play noch. Und der Hazard hier drüben, der spielt Quake HD, einen Moment. Aber das kannst du auch nicht jetzt zeigen, du Demel. Wollte ich euch nur kurz zeigen. Quake HD ist eine Mod, das Quake recht mit allen Effekten aufbrezelt. Mit Bump Mapping, Lightning und 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 High Definition Texturen. Und das ist, jetzt starte ich gerade mal hier. Nein, jetzt habe ich den Anfang gestartet. Scheiße, einen Moment. Hier, das ist Hotel Miami. Machen wir mal einen Start. Hier, hier. Ford Chapter. Und hier kann man gerade Ding aussuchen. Welche Maske, da hat man mehr Secrets, Fist of Fury, more Guns. Ist ziemlich krank, das Ganze. Ist ziemlich krank. Und da hat der DeLorean, da steht er. DeLorean. Ja, und so weiter. Der Soundtrack ist wie bei Drive, kann man sagen. Wie bei Drive, der Soundtrack. Ja. Das war's. Tschüss.